Regenschirmtante, hast du dein Regenschirmtuch an schwarzen? Nein, da habe ich keine, nein. Keine schwarzen? Ja. Aber du hast noch Erinnerung an die Regenschirmtante, an die andere Lederer, ja? Ja. Hast du mir auch schon mal welche erzählt? Ich habe das archiviert, per Ton. Mhm. Aber optisch habe ich es noch nicht, äh, äh. Wie inwiefern? Archiviert, was du über die Regenschirmtante zu sagen hast. Ich habe der Regenschirmtante mir ein paar Handschuhe geschenkt, weil die immer so blaugfreunde Finger gehabt hat. Und dann habe ich von meinem einzigen Taschengeld, was ich gehabt habe, bin ich zur Wicke oder so gegangen und habe ihr eine Handschuhe gekauft. Und dann habe ich eine Stunde überlegt, wie geschin jetzt, der oder die, ohne dass sie mich recht schimpft. Und dann habe ich auf einen Moment gewartet, wo es vorbeigegangen ist, dann bin ich schnell hingelaufen, habe ihr den in die Handzug geschinnt gerne und bin wieder wieder abgekauft. Sie hat es noch nie angehabt, aber sie hat mich nie mehr geschimpft. Sie hat mich nie mehr geschimpft. Sie haben ja vorbeigegangen, sie hat nie mehr geschimpft. Mhm. So kann man keine Wunder bewirken. Ja. Das heißt, ein kleines Wunder, weil der aber angehabt hat, ist es trotzdem nicht. Ja, aber mit einer kleinen Freundlichkeit kann man dann die Menschen aufmachen. Ja, schon. Ja, die Ringschern-Tante wird es dir danken. Ja. In Ewigkeit, Amen. Ja, vielleicht helfen sie mir jetzt im Moment. Genau. Komm mal leicht rein, dass da ein bisschen was mitbezüglich kommt. Ja, sowieso. Also. Soll ich jetzt einmal ein bisschen grünen, was dann für dich. Mhm. Das ist ein bisschen schädig, was dann ist das gadget. Das idealsklar ist ja wichtig. » Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020